Ich suche den Mittelpunkt der Strecke A, B, also ich habe den Punkt A, den Punkt B und ich suche dieses M. Und ich male mir dazu den Nullpunkt auf, 0, der hat 0, 0, 0, und denke mir den Vektor von 0 nach A, hier, und den Vektor von 0 nach B. So, das ist hier, Ortsvektor A, Ortsvektor B. Und ich bekomme nämlich M, indem ich A und B addiere. Das mache ich hier, ich arbeite nur mit Skizzen, das muss nicht perfekt sein, so ungefähr ein Parallelogramm. Dann habe ich hier nochmal B und dann laufe ich hier A und B, das ist A plus B. Also was A plus B ist, ist dann dieses Dings da. Das ist A plus B. Und ist ja nur eine Skizze, da kann ich ein bisschen rumschummeln, hier in der Mitte liegt genau mein M. Und damit kenne ich mein M. Also da gibt es so eine Formel, M ist dann die Hälfte von A plus B, das ist dann nicht der Punkt M, sondern der Vektor von 0 nach M. Und das kann ich ausrechnen und ich zeige dann nachher noch einen anderen Weg, den ich fast nicht so eleganter, aber anschaulicher finde. Aber jetzt rechne ich es mal kurz aus. Also da habe ich jetzt M ist 1,5. Jetzt sind es Vektoren, die schreibt man so untereinander. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Plus 6, 7, 12. 6, 7, 12. Und das geht jetzt vielleicht sogar im Kopf. Schreiben wir es hier hin. M Vektor ist gleich. So, 2 und 6 ist 8, 1,5 ist 4, 3, also 3 plus 7 ist 10, 1,5 ist 5, 4, da bin ich 4 und 12 ist 16, 1,5 ist 8. Und der Punkt M, wenn der gesucht ist, den Punkt M schreibe ich 4, 5, 8. 4, 5, 8. So hin. Okay, und jetzt radiere ich das alles weg hier so. Also fast schöner, noch mehr wegradieren, genau. Fast schöner finde ich es, wenn man da anders läuft. So, ich habe hier 0, 0, 0, 0. Und zwar, ich laufe von 0 nach A und laufe dann die Hälfte von dem Vektor AB. Da komme ich genauso hin. M ist gleich. Der Vektor von 0 nach A plus 1,5 AB. Also damit, ja, also ich laufe lieber so, aber in den Formelsammlungen, also in den Musterlösungen ist es meistens so. Und es kommt genau die gleiche Zahl raus. Und ja, und das war die Aufgabe.